Musik Wenn die Patienten in die Krankenhäuser kommen und es gibt kein Pflegepersonal, dann würde das ganze System einen Kollaps erleiden. Wir schaffen die Grundlagen dafür, dass jemand in unsere Fußstapfen tritt. Wenn es uns nicht gäbe, würde das Sicherheitsgefühl der Menschen in Österreich massiv darunter leiden. Ohne uns gäbe es keine Dokumentationen und Datenerfassung. Reisen und Verkehrskontrollen wären nicht mehr möglich. Wenn es uns nicht geben würde, würde zum Beispiel keiner in den Urlaub fahren können, die Straßen wären kaputt. Wenn es das Bundesheer nicht gäbe, dann könnte die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung nicht wirklich gewährleistet werden. Ohne uns würde die Gesellschaft wahrscheinlich wissen, dass sie für ihre Straftat nicht belangt werden. Wenn es die Justiz nicht gäbe, würde es zum Stillstand der Rechtspflege kommen. Würde es uns nicht geben, würde es also am Fundament für eine sichere und gerechte Gesellschaft fehlen. Wenn es uns nicht gäbe, dann wäre der illegale Handel ungebremst. Fakt ist, nur wer exzellente Arbeitsbedingungen bietet, wird in Zukunft auch gut ausgebildetes Personal haben. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020